Ich war 20 Jahre jung und mit dem festen Plan, eine große Künstlerin zu werden, nach Paris gekommen. Tugt man vom Boulevard Saint-Germain in die Rue du Dragon ein, kam man zu der kleinen, aber weltweit bekannten Librerie Caligram von Fritz Picard. Menschen jeglicher politischer und künstlerischer Richtung, Herkunft und Nationalität. Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen erweiterten meinen Horizont geradezu explosionsartig. Ein Spektakel für die, die ihre Augen nicht in der Tasche haben. Meine Augen hatte ich noch nie in der Tasche stecken, aber in Paris wurden sie weit und weiter, groß und größer. Die Begegnungen und women nach Paris wurden sie weit und nicht in der Tasche stecken, was ich meine Augen nicht in der Tasche verteidigte. Ich halte sie mich noch nicht in der Tasche, aber sie schon zwei Jahre lang in der Tasche stecken. Und die Begegnungen haben sie nicht in der Tasche stecken, sie sind in der Tasche stecken.